Allerdings hält Merkel nicht mehr strikt an der 35er Inzidenz für Lockerungen fest. In der Beschlussvorlage steht, Bund und Länder wollen nun abhoben, wie durch die deutliche Ausweitung von Tests und ein Testprogramm in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren 7-Tage-Inzidenzen mit über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich werden. Bereits ab Montag, 8.3, sollten weniger strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Demnach dürften sich wieder mehrere Mitglieder zweier Hause erlaubt werden, dies für maximal 5 Personen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt würden. Lesen Sie auch Corona-Debakel SPD-Chef geht auf Merkel und ihre CDU-Minister los. Die SPD-Spitze kämpft jetzt mit offenem Visier gegen Kanzlerin Angela Merkel und den Koalitionspartispapier. Sie sieht weitere Öffnungsperspektiven vor, über die am Mittwoch beraten werden. Das Bild analysiert die neue Beschlussvorlage ab 11.15 Uhr in einer Sondersendung. Das Bild analysiert die Beweisen, die jeweils in die Schreiber sprechen. Die Beweise standen, die Beweisen, die Beweisen, die wir in der Beteiligung gehalten werden. Sie sieht weitere Öffnung, die Beweisen, die wir in der Beteiligung kommen. Sie sieht das Bild, wie bei der Beteiligung in der Beteiligung in der Beteiligung. Die Be–Beteiligung in der Beteiligung in der Beteiligung. Amen. Amen.